Wusstet ihr, dass es lebendige und tote Worte gibt? Anthony schreibt am Schluss seines Leberbuchs, dass Worte aus der Mitte des Herzens und der Seele keine toten, sondern lebendige Worte sind. Das gilt für gesprochene wie für geschriebene Worte. Tod können zum Beispiel Worte sein, die manipulieren sollen oder die nur wiedergekäut werden. Lebendige Worte haben Licht, Tote nur Dunkelheit. Die Worte in den Büchern von Anthony William, die vom Geist des Mitgefühls kommen, sind lebendig. Anthony sagt, sie werden unabhängig von der Zeit für immer lebendig sein und für künftige Generationen da sein. Sie werden für sie leuchten, weil sie aus einer spirituellen Quelle stammen. Wenn ihr einmal das Gefühl habt, nicht weiter zu können, werden diese Worte für euch weitermachen. Man kann sich an ihnen festhalten, wie an Händen, die sich uns entgegenstrecken, um uns zu bergen, wenn wir am Rand eines Abgrunds hängen. Lebendige Worte führen Licht mit sich, das das Dunkle aus den Menschen vertreibt. Tote Worte hingegen können uns, ohne dass wir es merken, in Sackgassen führen, wo uns Enttäuschungen erwarten. Wenn wir Vertrauen verloren haben und Herz und Seele beschädigt wurden, können lebendige Worte Hoffnung schenken, die wir schon verloren hatten. Lebendige Worte können bewirken, dass wir das Licht wieder mit eigenen Augen erkennen. Ich habe beim Lesen von Geschichten aus der Internet-Community oder in Gesprächen mit Menschen schon oft erlebt, dass Anthonys Worte diese Wirkung auf Menschen haben. Auch für mich ist es so, dass ich immer wieder deutlich spüre, wie ich aus dem Lesen seiner Worte Kraft schöpfe.